Hallo und herzlich willkommen zurück bei Enagmetis 3, der Schatten von Karkala. Ja, wir müssen nun so ein Täfelchen selbst herstellen. In der letzten Episode haben wir ja jetzt hier schon die Farben bekommen. Und nun müssen wir gucken, dass wir die da irgendwie reinträufeln oder so. Wie geht das denn? Müssen wir das jetzt erst ins Rote tunken? Hallo? Ähm, bitte was? Ich kann das Jadepulver hier zusammen mischen. Ja, ich weiß. Und nun? Hä? Haben wir doch. Also wir haben gelb. Wir haben blau. Wir haben rot. Wir haben orange und wir haben grün. Passt doch. Hä? Ich dachte, wir sind fertig. Nee, ich will das nicht überspringen. Ich will jetzt anfangen. Oder müssen wir das erst irgendwie so sortieren? Das ist es wohl auch nicht. Ähm, bitte was? Also das Farbmuster ist unverständlich. Aber... Ja, aber das haben wir doch gemacht. Wir haben das gelb, wir haben das rot, wir haben das blau. Und wir haben hier grün und orange. Damit sollte doch dann jetzt eigentlich alles klar sein. Und wir müssten hier rumpinseln können. Okay, wir müssen es vielleicht doch überspringen, weil ich keine Ahnung habe, was los ist. Wie das geklappt hat. Ich habe keinen Plan. Eww! Ah, das ist, äh, so ne Mann. Ich bin nicht... Ihr ist, äh, so. Ihr ist, äh, so. Die Dinge sind nicht... wie sie sich zeigen. Ich... Ich weiß, dass du nicht... Ich glaube, es ist, dass du mir nicht... Du musst es... ...sieh es selbst sehen. Findet die letzte Schmerz. Ich weiß, dass du es interessiert. Dann wird es... ...un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un. Geh es zu ihr. Es ist zu schnell. Sie ist zu jung, aber wir haben keine andere Wahl. Okay, also wir kriegen eine Flöte für Fang. Sie ist die letzte unserer nur Hoffnung. Und erzähl ihr, dass ich... Na gut. Gucken wir mal hier rein. Mein Gott, war das ihr Vater? Transport, Schneemobil, dann Flugzeug, Unterschrift Brittany Barks. Brittany hat eine davon genommen. Warum hat sie das nicht erwähnt? Ja, weil sie die Böse ist. Ich glaube nämlich, das wird sich jetzt noch auflösen. Ich habe die Vermutung, dass vielleicht der Priester doch nicht der Schlimme ist und sich am Ende vielleicht dann doch als Gute herausstellt. Kann das sein? Wir kriegen es raus. Was hätten wir dann hier? Das ist der Transponder, oder? Dann stellen wir das mal auf 30,5. Oh. Das muss der Apparat sein, mit dem man die Transponder-Buchsen lokalisiert hat. Ja, und was stimmt mit ihm nicht? Ah, wir müssen hier erst was draufstellen. Verdammt, jetzt müssen wir da nochmal... Nein. Wir müssen nochmal zu dem Weißen gucken. Ja, ja, Fang ist der Vater. Nachkommen des 1-Siegels. Ja, das ist okay. Okay. So, dann gucken wir mal. Hmm, können wir da noch irgendwas machen? Ich glaube es jetzt nicht. Nein. Nein, 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 ich denke nicht. So, was war denn jetzt mit diesem blöden Transponder? Das Signal kommt aus der gleichen Umgebung als das Monastery. Vielleicht können wir noch das letzte Stück finden. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Was haben wir hier? Ah, da ist die Kiste. Das ist nicht das, was ich suche. Äh, super. Dann... Jetzt müsste hier noch irgendwas blinken, oder? Oh. Hä, also irgendwas stimmt doch hier nicht. Der Körper ist komplett gefroren. Sie muss seit Stunden hier sein. Aber... Wie ist das möglich? Kam vielleicht noch irgendjemand anders und hat sich in Brittany verwandelt? Useful as ever, Detective. Meinen Kopf. Die Kiste sind weg. Der Portal! Oh Gott, Rick, er weiß nicht! Freigeschaltet. Wir sind in Schwierigkeiten, okay. Dann hoch zum Kloster. Wir müssen gucken, ob es Probleme gibt mit Rick. Dann geben wir ihm mal die Flöte. Ich... Er wollte dich wissen, dass er dich liebte. Und... Oh, Junge, es sollte nicht so sein sein. Aber der sehr schlechte Mann macht sehr schlechte Dinge. Und wir müssen ihn stoppen. Komm mit mir, okay? Ich werde dich beschützen. Okay, jetzt hat sich also die Flöte. Ich vermute mal, dass sie mit der Flöte dann auch wieder diesen komischen Greif kontrollieren wird und dann wird der wahrscheinlich gegen den Typen kämpfen. Also, wer auch immer das jetzt war. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob das wirklich der Priester war, der sich sozusagen verwandelt hat in Brittany oder ob das doch noch jemand anders ist. Wir kriegen es raus. Das war's. Dammit, er hat uns vergeteilt. Brittany war wirklich der Priester all along. Er hat in den Portal. Ich versuchte ihn, aber ich kann es nicht öffnen. Es scheint nur jemand mit Spezialen haben kann es in den Ort. Wo sind diese verdammten wenn du sie brauchst? Ja, Rick schon wieder. Der Typ. Können wir hier vielleicht noch irgendwas mitnehmen? Nicht wirklich. Es ist auch kein neues Mümelbild aufgegangen. Dann gehen wir mal direkt rein in die Grabkammer. At last. After all this time, I am here. Rick, what are you doing? I am doing my duty. My disobedient little puppets. I should thank you for opening the gate for me. The girl had to do it willingly. You convinced her when I couldn't. Now, I can finally free my master. Over my dead body. Didn't anyone tell you? That's the whole plan. I'll relish it even more than that monk. He died suffering and helpless, knowing his pathetic order had utterly failed. Before you die. Let me show you my gratitude. For everything you've done. I hope you enjoy this. As much as I will. Gut, wir sprechen mal kurz mit Fang. You have to call it. You have to be strong. No. 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 Okay. Hier liegt das Tier. Fang. Hallo? Ich bin auch an den Hebel, um den Flügel zu befreien. Er ist am Boden festgemacht. Mhm. Mhm. Dann gucken wir doch mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Priester jetzt besiegt wurde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre ein bisschen... Zu wenig im Moment. Eine Munitionskiste. Kopptuch. Die Säule steht kaum noch. Ich könnte den Riss vergrößern. Hm. Das ist jetzt leider nichts weiter als nutzloser Müll. Naja, ich habe schon eine Vermutung. Wir sollen das wahrscheinlich irgendwie hier reinhauen. So, dann entnehmen wir das Schwarzpulver. Ja, könntest du. Dann mach das doch mal. Und dann würden wir das nämlich hier in die Zigarrentube reinfüllen. Aber wie kriegen... Können wir damit was machen? Ja. Das reicht, oder? Da ist kein Schießpulver mehr. Ich brauche mehr. Also wir müssen das irgendwie noch öffnen. Das bedeutet, wir müssen etwas suchen wie eine Zange. Wie geht's, Rick? Meine Kopf... Oh. Ich habe dir nicht gesagt, ich bin zu alt für das? Es sieht nicht gut aus. Ich werde versuchen, etwas kaltes zu finden, um es zu legen. Stimmt. Es ist ja nicht so, als wäre hier Eis und alles Mögliche schon in der Nähe, ne? Was haben wir da? Da kommen wir so nicht ran. Das wäre aber wahrscheinlich der Hebel, den wir dann brauchen, um eine Fang freizukriegen. So, mir geht hier nicht, also er kann uns weiter nicht, äh, er kann uns nicht weiterhelfen. Ähm, ich muss dort hin und den Pediger aufhalten, okay. Gucken wir uns da hinten noch um. Hör dir die Geschichte an, finde die Elemente, die in der Sphäre angezeigt werden. Okay. Es gibt hier noch mehr Totenköpfe. Wo könnte denn der... Dritte, da. Was ist der Dritte? Gut, das erklärt jetzt natürlich, wieso wir gerade den Herzengel aufgeweckt haben. Das, äh, scheint logisch zu sein. This desperate act weakened him greatly, but it made resurrection of the demon nearly impossible. The black flame of anger filled the reapers hearts. Und so hat er also die Sache verhindert. The reapers struck, before Raphael could recover his strength, using the dagger to imprison him in a tomb of eternal ice. Ah, okay, also die haben ihn eingesperrt, das war gar nicht er selbst. Gut. Hm. Könnte denn jetzt noch was sein? Doch, noch einmal so ein Teil. Ich glaube, ich gehe. Ja. Ja. Also kann, äh, nur der Mönch quasi. Das darf nie geöffnet werden, klar. Das darf nie geöffnet werden, klar. Das haben wir ja jetzt ordentlich verkackt und es ist offen. Hm. Ich impose diese Aufgabe auf dich, er sagte, und auf jeden ersten Garten von deinem Kinn. Hm. Hier fehlt ein Knopf, den finden wir allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, ich wünsche euch was und ciao.